ja okay einmal anlocken reicht perfekt jetzt wo wir endlich den vierten und damit auch letzten schlüssel ergett haben können wir nun komplett backtracking und so gut wie alles hier noch rechtliche im spiel erkunden deshalb würde ich sagen da wir sowieso ja abgespeichert haben gehen wir da hinten zu der tür wo wir dann auch rein können ja da müsste ich halt erstmal die ganzen puppets hier besiegen ich kann sie nicht verstehen wir wollen euch respawn mit leben aber ich habe jetzt auch nur den eigenen schlüssel mitgenommen den grünen dreieckschlüssel und hier ist race layer stay away so da können wir endlich rein bin gespannt was versteckt was versucht sie kennen wir ja schon aber der haben wir noch nie gesehen wie er mit seinem oberkörper alles aussieht das war das erste mal glaube ich ja untersuchen das geht nicht können es nicht drehen warum ich hatte hier oben so eine box generator box die hat hier eingepasst war zumal ist das also schon ein bisschen länger schon zwei folgen oder so und hier war ich noch nie drin oder bräuchte zwei oder wie ist das oder geht es einfach es geht jetzt mit dem teil ja cool wir können natürlich reparieren der du dich da doch keine ahnung der ist eine puppe er weiß nix der doch nicht ja doch der ingenieur kann das man sieht sich ja ist okay kumpel wir sind zufrieden ja okay danke reinigende flut wir haben rei geholfen okay ich sehe so ein paar dann ich glaube wir müssen jedem einzelnen charakter hier helfen ich weiß nicht besseres ending ich weiß nicht ob es mehrere endings gibt aber ich vermute mal weil sonst würde es ja keinen sinn machen dass wir den helfen können das extra verschiebt das kann ich auch rein okay cool perfekt also überhaupt lower waterway verstehe ja hier haben wir alles aber ich würde sagen wir gehen auch überall dorthin wo noch rote räume sind gucken ob wir da irgendwas noch finden damit es halt nicht mehr rotes ja nur bei manchen räume habe ich absolut keine ahnung was ich da machen soll wie schon normal schätze ich sind jetzt wieder da die sind jetzt wieder da kann ich dich an dem vorbeigehen dem ich hier lang gehe dem kann ich vorbei rennen aber wo ist ein anderer da oben er hat mich schon gesehen er hat mich schon gesehen okay zu spät bringt nichts schade das ist nervig vor allem weil ich kein klebeband habe aber okay zum glück muss ich hier so gut wie gar nicht verlangen ja hier gab es noch einen raum den man irgendwie aufbekommen konnte hier in der richtung das hatte irgendwas mit diesem rede zu tun wir haben die kombination die für noch nicht bekommen du lebst wieder ganz hofft dem müsste ich auf jeden fall mal fesseln vor allem ist der herpose ja hier die tür die geht einfach nicht auf hier ist aber doch was was man hier ist aber auch ein was ist das und ist das irgendein ort wo man hin kann ist das hier eine verbindung mit diesen boxen diesem fahrstöhlen oder so gibt es hier eine verbindung ich glaube nicht das ist hier verbunden das hier ist auch hier verbunden ja das muss ja so richtig sein aber ich weiß die kombination nicht ja ich rate mal ein bisschen hier ist auch ein klebeband da stoppe ich ihm direkt habe ich mal ins gesicht man kann übrigens auch so kämpfen wir gerade sehen könnt man muss so abstand nehmen habe ich jetzt auch mal gelernt so klebeband damit er nicht mehr nervt ich habe nachgeschaut ja wir besitzen noch nicht das viel zu viel verbrauchen so ist es also das können wir doch gar nicht machen das ist wahrscheinlich für ganz später jetzt ist der raum aber zumindest grün und ich gucke mal in dem raum vorbei genauso wie in dem raum ob ich in den beiden noch irgendwas finden kann bestimmt ist ja irgendwo noch ein item was halt noch so los herum liegt was ich halt irgendwie übersehen habe weil keine ahnung ja wie gesagt ich möchte heute in der folge am liebsten erst mal mich ein bisschen umschauen und sachen sammeln ach die filmrolle habe ich die nicht eingesammelt das ist doch die letzte oder sie aus würde sie nicht mehr funktionieren recht jetzt heißt 152 ja die müssen auf jeden fall theater abgeben ja okay ich hatte wirklich die hatten wir schon eingesammelt schauen wir nicht okay na gut ich drücke immer die falsche klasse wir haben wenn wir hier lang gehen in diesem raum noch irgendwo etwas zu untersuchen das ist das ding die scheibe hier ja war hier nicht so direkt ein safe ist ein safe room na gut ne das zwischen weg ich tue erstmal den filmentwickler weg den brauchen wir zwar dringend wir haben eine hälfte ich kann mich erinnern wo die hinkommen und am anfang des spiels ein halbes medaillon genau das unsere erste hälfte die wir haben es gibt irgendwann eine zweite hälfte vielleicht finden wir sogar heute genau das war weg den film nämlich trotzdem mal mit ansonsten lasse ich alles aber erst mal hier auch den filmentwickler erst mal da ja ok map wir sind's fertig wieso ist alles durchgestrichen wieso sind hier überall sachen was heißt das was bedeutet diese striche überall ist da was passiert also wie gesagt da können wir noch nicht hin ansonsten würde ich halt noch mal hierhin gehen in diesem bereich und mich dort noch umschauen die frage wie ich da hinkomme ernsthaft die haben wir jetzt wirklich einfach die shortcuts weggenommen mit den booten warum das denn das heißt alles was durchgestrichen ist ich als ich benutzen sind alles die boote die gehen nicht mehr warum unnötig egal da muss irgendwie anders hierhin kommen ja wie komme ich denn da am besten hin hier nee das war der falsche aufzug ich habe mich ja egal das komme ich jetzt nicht mehr weg ja doch der fahrstuhl hier aber da fühlt mich doch woanders hin oder führt er mich hier hin nee das ist ein anderer fahrstuhl wo ist das mädchen das hier war die sind jetzt dort wie die sich bewegt die weiß aber wie sie lang muss ich mach keine späße mit euch ja und der ist eingesperrt ok hier kann ich nicht lang hier gibt es nichts mehr ok warum bringt es nichts dann gehen wir jetzt noch rechts da ich habe vergessen wo mich das hinbringt aber auf jeden fall bin ich hier in diesem gebiet bis auf diesen einen raum wo wir nicht rein können fertig also bringt mich hier bitte raus ja komm machen wir einfach eine backtracking Folge warum nicht komm egal egal ist der hund hier oder was ich weiß jetzt auch wo wir sind ja aber hier haben wir noch nicht alles ja ok ich habe alles ich habe ja alles weg 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 wow der tallest wird raus gesprungen hat alles gelegt ja ok hier haben wir alles der letzte ort deshalb das ist nicht schlimm hier kommen wir noch nicht rein glaube ich wo können wir lang ich glaube geht also wieder zurück zu 1 Ja. Gehen wir jetzt mal raus hier. Da lang. Ja. Ich renne vorbei. Es klappt. Okay. Cool. Vielleicht muss ich nicht immer abschießen. Ich weiß es nicht. Hat auf jeden Fall geklappt. Warum sind die hier die Hunde? Und wer redet da? Irgendwer redet hier. Ist auch egal. Aviary. Da brauchen wir die zwei Hälften für. Wo haben wir das Spiel angefangen? Wo war der erste Ort? Hier, ne? Dort. Dort haben wir angefangen. Da würde ich zu hingehen. Aber da ist... Ach, da steht jemand, der redet. Oh, die können ich nicht mehr langen. Ich muss jetzt mal dran vorbei. Oh, Junge. Was zum Wilder-Spiel von mir? Ja, okay. Den Fahrschuh brauche ich jetzt zumindest erstmal nicht mehr. Erstmal. Okay, er bellt mich an. Aber noch lässt er mich in Ruhe. Okay. Hey. Warum sieht er aus wie eine Statue? Warum bist du so angemalt? Okay, keine Ahnung. Er ist nicht anders als die anderen. Das ist nicht besonders. Warum bewacht er das hier? Warum sind hier Hunde? What? Okay, das heißt aber, dass wir hier hin müssen. Wenn es hier bewacht wird mit neuen Gegnern, ist hier was. Und nicht nur ist hier was, sondern direkt hier im ersten Raum ist schon direkt was. Wahrscheinlich hier... Ja, ne Münze ist hier. Ja, das habe ich übersehen gehabt. Oh, sorry. Ich kann gucken, ob ich hier rein kann. Wahrscheinlich nicht. Oh, Mist. Den Schlüssel habe ich jetzt nicht dabei. Aber den... Äh... Hier ist ein Safe-Room links. Hier ist ein Safe-Room links. Ich muss aber erst mal raus und rum. Oh no. Okay, perfekt. Drei Schlüssel, dann ist das Stunt. Ich gehe mir erst mal zum Safe-Room, hole ich den Schlüssel ab. Was zur Hölle macht ihr hier? Warum sind hier gleich so viele von euch? What? Das ist echt gruselig. Okay. Nehmen. Genau. Den Schlüssel brauchen wir. Okay. Ich gehe davon aus, dass wir gleich ein paar Items finden werden. Deshalb sollte ich... Ach, ich muss Platz schaffen, ne? Ja, ich muss eigentlich Platz schaffen. Reicht das? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich kann die Münzen verstecken. So. Bisschen Platz. Ich hoffe, das reicht. Für was auch immer wir gleich finden werden. Sonst muss ich wieder zurück und Muni verschwenden und alles. Ach, guck mal. Was will der? Ja, die kann ich auch theoretisch fesseln. Mit meinen Spielchen mit den Treiben. Aber es lohnt sich halt einfach nicht. Viele kleinen Viecher, oder? Hallo? Oh mein Gott, Spiel. Was sollte das denn? Ach, Mann, ey. Diese blöden... Oh, klar. Der Nächste. Ich kann nicht vorbei. Ich kann doch nicht lang. Mist. Okay, ich muss da hin. Ich weiß sogar, wo das ist. Das war bei der Stage. Und hier war auch noch irgendwas zu einsammeln? Okay, hab ich irgendwas eingesammelt. Bam, bam. Bam, bam. Nee? Bam. Okay, schön, 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 schön. Ach, hier war der Bird. Der Vogel. Shit. Aber ich fühle mich wirklich so, als würde ich gerade break tracken, weil ich das Spiel fast durch habe. So fühle ich mich. Bedeutet, ich fühle mich so, als wäre ich weit fällig. Mit dem Spiel, was was Gutes eigentlich ist. Ja, eigentlich. Oh Gott, das wird ein Chaos sein zum Schneiden am Ende. What the hell? Hi. Hier muss ich rein. Das ist echt weird. Das ist eigentlich eine andere Map hier. Aber das Rätsel wurde gelöst. Cool. Ah, ein Cheat. Der dritte Cheat ist hier. Das war's. Na, warte mal. Hier soll noch was sein. Oh Gott, ihr merkt es ja, weil so viele Gegner sind. Nein, hier muss man, glaube ich, abschließen. Ich wüsste nicht, wie man dann vorbeikommt. Ja, da oben ist, wenn du das komm mal ab. Sag ein bisschen so aus, wenn du so hinter dem fast jemand den so festhalten, ne? Das sah für mich gerade so ein bisschen so aus. Wo soll denn hier was sein? Hier? Hier drin? Ne, hier drin gar nichts. Hier. Wo denn? What? Aber jetzt ohne sich hier zu können, alle? Wahrscheinlich. Oh, what? Ich kann einfach die Boxen hier öffnen. Die eine Box kann ich hier öffnen. Cool. Ah. Interesting. Aber draußen ist doch was. Das ist okay, Kumpel? Was schreit da noch so rum? Das war doch gut. Day. Oh, das ist auch einer. Bin ich tot? Nee. Gut. Noch nicht. Aber der muss weit weg. Hi. Okay, er folgt mir, miss. Wow, hier ist noch jemand. Bam. Oh, klar. Hat sie mich gesehen. Na klar. Oh, zwei Schüsse. Wow, ist hier weggeschleudert worden. What the? Warte mal, was ist denn hier? Hä? Hier ist nichts. Habe ich alles? Hä? Wieso ist jetzt grün? Nee, warte, ich bin woanders. Ah, ich bin woanders. Hier oben habe ich alles. Aber ganz oben nicht? Wo kann ich denn da ganz oben? Und hier backt ein bisschen alles rum, aber hier müssen wir auch noch lang. Wo, wie kommen wir da hin? Wie kommen wir überall hin? Welche Treppen? Welche Wege? Waren es nochmal? Okay. Okay, ich traue mich jetzt nochmal hier lang zu gehen. Gab es hier noch einen Weg nach... Ah, jetzt sind wir ganz oben. Okay, hier müssten wir noch was sammeln. Oder? Map? Wo sind wir? Nee, wir sind genau falsch rum. Wir sind genau falsch rum. Hier haben wir alles. Okay. Was? Wo kommst du her? Den schlage ich. Okay, nein, zwei Stöcke reichen hier. Ah, das ist die Brücke hier, die gemeint ist. Hier fehlt uns was. Hier bei der... Nicht nur bei der Brücke, sondern generell hier im Umkreis. Soll noch was rumliegen. Und Goldau haben wir. Den würde ich gerne mitnehmen. Ah, Moni. Ah, perfekt. Und da in den Raum. Der ist doch anlackt, oder? Ich habe den Schüssel jetzt nicht dabei. Ja, okay. Einmal anlocken reicht. Perfekt. Wow! Was macht der hier? Hey! Ja, ich sage... Ich sage, hey! Was soll das? Ist hier was? Nee? Was? Hier muss was sein. Der Raum ist nicht geclared. Hier ist was irgendwo. Was? Ein Wasser? Jetzt soll ich nicht ins Wasser kommen. Okay, entweder es ist für später, oder es ist mir verbargt wie Ignoranz, ob wir erstmal, weil es bringt uns jetzt nichts, da jetzt weiter rumzueiern. Schaffe ich keinen schnell killen? Danke. Also, hier muss irgendwo noch was sein. Hier. Hier soll irgendwo noch was sein. Shit. Nee, schlagen. Ich brauche meine Moni noch. Stirb schnell. Da hinten wahrscheinlich, oder? Bis dahin geht das. Bis da. Hier ist nichts. Das ist eine Box? Oh mein Gott, der Vogel hat mich fast gesehen. Okay, wir haben's. Schön. Muss aber noch da lang. Oh Gott, wie komme ich da am besten hin? Okay. Lass mich kurz überlegen, wie ich da am besten hinkomme. Dort unten. Müsste es sein, wo mir noch was fehlt. Bam. Hab mich gesehen, Shit. Ey, 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 ey. Abstand, Abstand. Ja, ihr beiden Kuschel da wieder. Hier ist irgendwo was zum Einsammeln. Dann sind wir auch fertig. Mit dem Gebiet. Ich drücke mal überall E. Hier. Das war's? Okay, die Patronen. Ja, wie gesagt. Hier hat der Raum. Ich hab eigentlich alles, aber keine Ahnung. Ich will nicht. Hier können wir nicht rein. Noch nicht. Ansonsten muss ich jetzt irgendwie noch herausfinden, weil ich hab's vergessen, wie ich hier unten zur Etage 1 komme. Denn hier sind noch einige Räume, wo wir hinkommen. Vor allem den hier und den hier. Also unten gibt's grad sehr viel noch zu erkunden. Wie gesagt. So, die Frage, wie ich da am besten hinkomme. Ich hab's komplett vergessen. Ah, hier wahrscheinlich, oder? Das kann sein. Okay, warte, dann geh ich den kompletten Weg wieder zurück. Was soll ich machen? Hätte ich hier vorher mal alles eingesammelt. Oh, mein, der Vogel ist da. Ich will da lang. Ich will da durchtrennen. Durchtraschen. Die Weißhahn zum Beispiel echt lustig. Keine Ahnung. Wow! Jogi, da kam gerade aus dem Nichts der Hund. Was zur Hölle? Wieso spawnt der da? Wieso spawnt ich vor der Tür? Ich spawle alle direkt vor der Tür. Ich hab das Gefühl. Nee, komm, ich riskier's nicht. Bei den riskier's nicht. Da muss ich runter. Ja, ich verscheid meine Moni. Me egal. Da-da-da. Yeah. Ihr bist glücklich. Wir sind glücklich. Genau. Hier sind noch die letzten Räume von diesem Gebiet. Wenn wir mal F drücken. Es gibt vier Gebiete. Sie was wollen wir mal füllen? Aber alles gesagt. Stakes sind wir jetzt? Da darf ich noch sehr gerne in Office gehen. Weil Garden ist... Können wir nichts machen gerade. Ich glaube... ...dass wir das meiste bei Office finden. Aber hier auch noch was. Ist hier noch da? Ja, sie ist noch da. Okay, aber hier ist nichts, oder? Nee, hier hatten wir alles. Aber hier ist zu? Warte, darfst du eine Tür? Hallo? Wait, what? Oh, was ist das? Chidi. Chidi. What? Hier ist irgendwo eine Tür? Verstehe ich nicht. Okay. Äh. Ist hier noch irgendwas zum Einsammeln, oder so? Ähm. Hier ist noch was. Hatten wir schon. Ja? Was denn? Hä? Hier ist nix. Ah. Hier ist Moni. Oh, das zählt als ein ganzes Ding. Aha. Okay, die Tür. Was befindet sich hier hinter? Irgendwas wichtiges. Ein... Spielplatzschlüssel? Damit können wir in den Raum rein, wo der Hund ist bewacht. Also, wenn ich euch das zeigen kann. Garten. Hier. In drei. In drei kommen wir rein. Hier. Ja, geil. Aber jetzt will ich auf jeden Fall noch wissen, was die Tür macht. Da gehe ich jetzt hin. Ansonsten haben wir ja alles. Okay. Perfekt. Es wäre schön, wenn es so ein Fast Travel geben würde, ne? Weil ich muss gleich wieder alle abschießen und unnötig töten und irgendwie hin und her kommen, alles. Ja, ist ein bisschen unnötig. Will ich jetzt nach oben? Nee. Oder? Warte, wo muss ich lang? Hier in die Tür? Nee, oder? Nee. Unten die Tür. Unten gibt es auch eine Tür. Aha. Ja. Hier die Tür. Aha. What? Das ist ein riesiges Gebiet. Ich gehe erst mal hier lang. Gibt es sonst nichts. Was ist hier eine Tür? Das ist eine Abkürzungstür. Das ist ein komplett neuer Raum, Mike. Das ist keine Abkürzung zu irgendwas. Aber in dem Gang gibt es nichts. Okay. Ich muss gleich mal anschauen. Noch mal. What? Äh, what? Okay, das ist ein Rätsel hier. Aber was ist die Lösung? Wie finde ich es da raus? Du, hilf mir. Mein freundlicher Skandal? Okay. Mein freundlicher Skandal? Stadtanzeiger. Richie Brom, der als Stevie in der langjährigen Kindersendung meine freundliche Nachbarschaft bekannt ist, verlässt die Produktion, nachdem einer der Puppenspieler, Ray, während einer Unterhaltung am Set versucht hat, ihn mit einem Bügeleisen zu schlagen. Augenzeugen berichten, zufolge brachte Streit aus, nachdem sich Brom kritisch über die kreative Leitung der Sendung geäußert hatte, darunter auch über den Schöpfer Al Gertswald. So war es schon immer am Set, sagte Brom in seinem Interview. Es ist nicht nur Ray. Pearl, Goblet, Ricky, sie sind alle verrückt. Er fliegt ihm zu. Es war schon seit einiger Zeit abzusehen. Niemand nimmt mich ernst, weil ich bei FN, MFN bin. Also bei Freddy Neighbor. Jetzt bin ich bereit, mir eine Karriere aufzubauen, die mehr Anerkennung genießt. Okay, warte, er hat gerade erwähnt Ray, Pearl, Goblet und Ricky. Ray und Goblet haben wir besänftigt. Pearl noch nicht, können wir das überhaupt? Und, ja, Ricky ist sehr, sehr seltsamer Dude. Gobble, dem können wir auch nicht mehr helfen, du. Glaube ich nicht. Aber, was ist hier das Rätsel? Hier ist ein, okay, hier ist ein Code. Okay. Ich glaube, hier müssen wir später hin. Weil jetzt gerade weiß ich offensichtlich nicht, was hier der Code sein soll. Das ist aber auch sowas, das nervt mich dann. Jetzt habe ich es gefunden und dann muss ich da viel, viel später wieder zurück hin. Das ist doch ein nerviges Spiel. Warum? Was soll das? Verstehe ich nicht. Ich verstehe jetzt einfach nicht. Ja, hier ist eine Garage. Aha. Ab. Die Map sagt nicht mal mehr, wo ich bin. Hier ist ein Auto, das an ist. Zumindest sind die Lichter an. Das war es oder ist hier noch was? Da oben schläft einer. Hier kann ich lang. Wo fühlt mich das denn hin? Das ist eine richtig gute Abkürzung. Okay, ich vergesse, was ich gesagt habe. Das ist eine richtig gute Abkürzung. Schaut, jetzt kann ich einfach hier lang gehen. Und dann geradeaus ist der Raum. Aber, um es mir noch einfacher zu machen, mache ich hier die Abkürzung auch noch auf. Habe ich auf der Map gesehen. Ist auch noch in der Abkürzung, die mich. Pass auf. Hier entführt. Krass. Okay. Wow. Das ist eine sehr interessante Folge auf jeden Fall, kann man so sagen. Wir haben wieder Muni, sehe ich gerade. Yeah. Nach der ganzen Backtrane haben wir ein bisschen Muni jetzt. auch dazu gemacht. Okay, ich würde aber trotzdem noch in einem Gebiet noch mal nachschauen. Und zwar dieses Hotel-Ding, wo wir waren. Äh, nee, was Hotel? Oder Office Building? Nee, Office war das. Genau, Office Building war das, wo wir nochmal hinwollte. Genau dort. Okay, ich renne einfach durch. Er hat mich gesehen. Das ist so weird. Ich weiß nicht, was er darstellen soll. Okay, aber die Vollzeit haben wir aufgemacht. Man kann doch die anderen beiden aufmachen, aber benutze ich halt nicht. Dich ist jetzt auch nicht mehr dabei. Okay, wie wir hier sehen können, hier gibt es noch einiges zu sammeln. So einzelne Dinge wahrscheinlich, die ich vergessen habe. Aber muss alles gesammelt werden. Von daher gründlich umschauen. Keine Ahnung, ob ich jetzt hier auch einen Cut mache. Ähm. Wir schauen einfach mal. Hier lag noch ein bisschen Muni rum. Und hier kann ich klingeln. Ich kann hier wahrscheinlich klingeln, damit ich komplett, als wir noch gegen sie kämpfen mussten, hier anlocken kann. Oder generell Leute anlocken kann. Keine Ahnung. Meine Vermutung. Aber noch ist hier was. Okay, die Muni ist natürlich sehr, sehr geil. Ich freue mich, dass wir jetzt endlich wieder Muni haben. So, natürlich genau hier, als wo ich gelernt habe, wie man sich so wehrt mit der Range. Hier habe ich natürlich dann auch gelernt, mit dem anderen rumzugehen. Ach stimmt! Wir können hier rein. Warte, ist hier was? Ne. Hier können wir jetzt rein. Ein komplett neuer Raum. Ein riesiger Raum. Aha. Oh, Zerferbett. Komm, hau ab. Schwinde! Okay, jetzt reicht's mir. Das ist verprügelt. Also, wie viel Leben hat der. Boah. Jungen, jungen, jungen. Haben wir Klebeband? Ne, aber nicht. Oh, er hat mich gesehen. Bam. Bam. Ja, geht der hier halt mehr Leben als der. Der ist so wie ein stärkerer Gegner, glaube ich. Muni, perfekt. Wir haben gerade ein bisschen was verbraucht. Deshalb ist das sehr gut. Naja, das sind coole Gegenstände, aber scheinbar können wir keins davon gebrauchen. Heilung. Kann man mal gebrauchen. Ein Cent. Ein Pin. Marktumfrage. Okay, das könnt ihr euch ja durchlesen. Ich glaube, das ist jetzt nicht wichtig für unser Gameplay. Ich habe so ein Story gelaber. Hier ist einfach wie ein Musikraum. Wir machen die Musikunterricht. My Friendly Neighbor. Den kann ich wegtun. Ich glaube, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Soll ich mich heilen? Ja, komm, wir haben so viele Heli. Einen benutzen wir mal. Wir brauchen ein bisschen Platz haben. Ich weiß, da unten kann auch noch mal stehen wie Warnung, Gefahr oder so. Fast tot. Aber sicher ist sicher. Das war's. Okay. Hier ist noch ein Gang. Ein Raum. Oder? Nö. Warte. Warte. What? Kann ich hier irgendwie hinter... Hinter das Ding? Der sagt mir dort, wo die gerade alle stehen, die Dinger. Da, doch, das ist nicht. Da ist eine Tür. Hinter dem ganzen Müll. Da ist eine Tür. Aber wie soll ich da rankommen? Wie soll ich da durch? Das kann ich ja nicht schieben oder so. Was? Was? Ich kann es hier durchschlagen. Warte, da kann ich ja auch hier durch die Tür aktivieren? Um mich zu durchschwitchen. Nee. Okay. Das glaube ich nicht so wichtig. Toppetenpolitiker. Bestimmt wichtig. Bestimmt. Hier haben wir auch noch was zu übersehen. Wie es scheint. Das schon. Hier, wo wir das repariert haben. Hier ist wahrscheinlich einfach nur irgendwo. noch ein bisschen Muni, oder? Was ich übersehen habe. Vermute ich. Ich drücke bei E. Ich finde aber nichts. Aber hier soll noch was sein. Hier soll irgendwo noch was sein. Kann ich hier irgendwo in den Kisten rumwühlen oder so? Ich finde aber nichts. Warum ist das dann hier nicht ready, nicht fertig, dieser Raum? Ich spame die ganze Zeit eh. Wie überall. An jedem Kreuz und Fleck. Aber ich habe alles. Ah, hier. Wow. Ja, wie ich es gesagt habe. Bisschen Muni übersehen. Ähm. Ich gehe nochmal in den Raum zurück. Weil da scheint noch was zu sein. Das ist ja direkt hier. Geradeaus. Ja, da geradeaus. Hier sind ein paar Gegner. Kann ich einfach gerade vorbeirennen? Oh, da ist einer. Seit wann ist er da? Okay, der muss ich killen. So. Medium. That isn't. That isn't. Bleib doch stehen! Alter. Komplett daneben geschossen die ganze Zeit. Oh man, that's gonna hurt. Kill den. Du doch endlich. Wo fehlt dir noch was? Hat sich's gelohnt? Wetten nicht? Wetten, es hat sich eh nicht gelohnt? Was ist das? Was habe ich hier ver... Äh, Heilung. Die ich mir mal aufsammeln kann. Ja, weißt du was? Komm. Ich heile mich direkt. Nimm dir Heilung mit. So. Perfekt. Totale Verschwendung. Egal. Dann ist es ja zumindest jetzt green. Ich muss jetzt nochmal 50 mal durch den Hauptraum... Raum... Hauptraum rennen. Da hab ich irgendwas übersehen. Ja, komm, mach ich das jetzt nicht. Ich will jetzt einfach wissen, was ich übersehen haben soll. Boah, mal viel Muni. What? Ein Stapel. 2, 3, 4. Wow. Hier 1, 2, 3, 4 Muni. Stapel. Wow. My bad. Aha. Ich hab's mir also doch gedacht. Ja, ich hab's mir gedacht schon. Dass man das doch einsammeln kann. Da ist noch ein Stück Tape. Weil wir da sind jetzt komplett voll. Also wirklich komplett voll ist nichts mehr, was ich wegtun kann. Aber wir haben ja so eine riesige Filmrolle. Wie heißt es, wenn wir die mal abgeben, oder? Wo müssen wir die abgeben? Das war... In welchem Raum war das nochmal? Oh Gott, welches ist das noch wüsste? Ähm... Oben. Glaube ich. Hier, glaube ich? Kann das sein? Doch, ich glaube, hier müsste es sein. Ähm... Keine Ahnung, ob das wirklich der Raum ist. Aber, ich hab gesehen. Mal wieder. Hier ist noch was am rumliegen. Lüge, 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 Lüge. Wer lügt mich hier an? Hier ist doch nichts. Hier ist doch nichts Spiel. Lügt mich nicht an. Oh. Hier ist noch... Was ist das? Heiling? Wahrscheinlich Heiling. Ja, okay. Dann weiß ich zumindest, dass es hier ist. Weil ich Heiling brauche, hole ich es mir ab. So, hier drin. Bada. Aha. Ist das so? Okay, du willst dich mal mitspielen, ja? Du willst dich mal spielen, Kumpel. Hm. Dann kannst du auch lieben bleiben, oder? Dann können wir auch lieben bleiben, wenn ich nicht mal spielen möchte. Bitte sag mir, es war der richtige Raum. Bitte sag mir, es war der richtige Raum. Bitte sag mir, es war der richtige Raum. Es war der richtige Raum. Perfekt. Okay. Ich bin mir der letzten Film ab. Hier. Zack. Und... There you go. Was zum Teufel? Sieben? Zwölf? Vier. Sieben, zwölf, vier. Okay. Sieben, zwölf, vier. Sieben, zwölf, vier. Da schreibe ich mir direkt mal auf. Ähm. Sieben, zwölf, vier. Perfekt. Was waren die anderen Filme? Was waren die anderen Filme? Den hatten wir, oder? Was ist die Hölle? Haben wir uns über einen Film überhaupt angeschaut? Der Vogel. Sagt er uns vielleicht, wie wir den Vogel besämtigen können? Damit er uns nicht mal angreift? Nee. Irgendwie sagt er nichts. Der zeigt nur die Orte. Weird. Das hatten wir. Warum funktiert zwei nicht? Irgendwann schon da nicht. Der kann er nicht mehr rausnehmen. Ich kann die generell nicht mehr rausnehmen. Wir sind jetzt stuck. Ja. Ich drück da drauf, aber es geht nicht. Okay. Und der Raum ist aber noch nicht fertig? Oder ist er einfach irgendwo noch ein Item? Ja. Hier sind noch mal zwei Muni. Boah. Das war nicht mal alles. Alter, hätte ich die Muni früher gemacht. Und ich hatte so Probleme. Oh, noch mehr Muni. Junge. Das war es doch nicht mal. Was? Alter, ich habe mich immer ein bisschen mehr umschauen müssen, oder? Was fehlt denn? Ich habe doch jetzt alle. Ich kann, wie gesagt, nichts mehr rausnehmen. Das geht nicht. What? Ich verlege gerade, wo ich als nächstes langen will. Boah. Boah. Ja, toll. Hier ist nichts. Wieso kann ich... Was? Hier ist nichts. Dann bin ich... Buh... Buh... Ich sch〜... Buh... D��... Vielen Dank.